Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Realm Royale! Hi! Heute ist eine Solo-Runde mal wieder. Aber, was ganz Besonderes, heute ist wieder so ein random Modus, also ein spezieller Modus. Ich hab ihn noch nicht ganz verstanden, wir werden gleich in der Runde sehen, um was es jetzt geht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh Gott, das ist jetzt ein sehr kleiner Bereich. Hm, okay. Also, es ist ein Daily Mode. Okay, ich bekomme Schaden. Sehr unangenehm. Ich hoffe, ich werde noch geheilt gehabt. Ich habe jetzt gelesen, dass es nur Bomben gibt. Das wäre sehr interessant und sehr strange. Werden wir mal gleich sehen. Warte, steht jetzt außerhalb der Zone? Wir müssen hier unten hin. Ich hoffe mal, dass hier niemand ist. Hä? Hier oben sind die Truhe. Ne, wo sind die Truhen? Wollt ihr mich verarschen gerade? Was ist das gerade? Wieso habe ich... Wieso habe ich nichts aus der Chest bekommen? Also, ich bin hart verwirrt. Oh Gott. Ich muss mal kurz weg hier. Oh Gott. Das sieht nicht anders aus. Oh Gott. Also, ich hatte irgendwie kein Glück, um eine Bombe zu bekommen oder so. Also, ich bin sehr verwirrt. Das war sehr unlucky. Okay, alle gehen jetzt irgendwie in das Haus rein. Ich habe ja nichts. Mich irgendwie zu verteidigen oder so. Natürlich ist hier nichts dran. Und... So, hier ist das... Oh, da muss ein Chest. Oh, da muss ein Chest. Hundchen. Ich habe ein Kehl gemacht. Was ich trinken? Was ich trinken? Oh Gott! Ich muss weg hier! Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Was soll ich weg hier? Ist das ein Team? Ich glaub die Team gerade. Oh nein! Da ist jetzt der Unangenehm! Was ist das? Oh Gott! Werde überhaupt gleich! Nicht rein! Lol, was? Das sah sehr komisch aus. Okay, äh... Geht man draußen entlang? Ich hab Angst. Die Team ein... Die Team einhundertprozentig. Also... Bin ich mir teilweise sicher. Aber der Bereich ist da riesig, what the fuck? Also... Die Falten ist da drin, so wie es aussieht. Aber es wird sehr wahrscheinlich die Leute geben, die Team... Ja. Da sind welche drin und die bekämpfen sich aber nicht. Oh Gott, was mach ich hier? Wieso mach ich das? Ich treff... Oh Gott, ich fähr nicht rein. Äh... Oh! Hühnchen! Okay, wieso... Ich hasse alles hier. Äh... Wer ist alles nicht geschaffen? Ach, komm schon. Ja, nehm... Okay, ist jetzt... Oh, warte... Wo bist du? Okay, mein... Junge Mann. Meine junge Dame. Oh Gott, können die bitte alle weggehen? Ich hab Angst. Nein! Ach... Komm schon. Wieso bekämpfen mich alle zwei? Alter Leute, wieso bekämpfen mich alle zwei Leute zur gleichen Zeit? Ja, die Team. Alter, was für... Weh, Leute. Die Team einfach alle. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Alter. Also, äh... Probier's doch mal und schauen, wie's jetzt was läuft. Weil das Problem ist einfach, sie werden weiterhin Leute Team. Sie werden dann nicht konstant Leute Team werden, weil der Modus einfach, äh... Hier. Weißt du, auch echte Spieler sind. Natürlich kommen alle in eine Runde rein. Wundervoll. Okay, dann sehen wir gleich in der nächsten Runde. Äh... Okay. Dann, zurück ein bisschen nach der nächsten Runde. Besonders... Warten uns kurz... Für die nächste Runde. Ich hoffe mal, sehr, sehr deutlich, dass die Leute nicht alle Team. Weil ich... Unglaublich dankbar für... Weil das einfach ekelhaft ist. Also, ich... Ich hasse das für Leute einfach Team. Das macht keinen Spaß. Macht immer so gar keinen Spaß. Ähm... Und... Die Modi sind nicht dafür gemacht, dass man teamt, so. Macht Sinn, oder? Ich weiß nicht. Ich finde das einfach total respektlos gegenüber den anderen Spielern gegenüber. Und das ist einfach nervig. Äh... Ja, ich geh nach da unten. In die Häuser da. Ich hoffe, dass ich diesmal was bekomme. Also, Leute nicht Team. Auch in solchen Modis nicht Team. Werde ich sehr dankbar für. Beziehungsweise, das ist ekelhaft für alle anderen Menschen, die die Modus spielen. Spielen. Und darin Spaß haben wollen. Das stellt einfach nur den Spaß im Modus. Was ich persönlich sehr schade finde. Weil... Solche Modi sind... Können schon lustig sein. Okay, danke, dass ich hier irgendwo hängen bleibe. Hier ist andere behalten sein. Rissen tränke. Dadurch, dass es hier keine Runen gibt, nehme ich das Ganze gerne mit. Und noch mehr Rissen tränke. Ist noch mehr tränke? Äh... Hier ist noch eine Truhe. Okay. Es gibt keine Schmieden. Was ein bisschen schade ist. Wäre bestimmt lustig gewesen, aber... Also man könnte glaube ich schon probieren zu schmieden, aber ich glaube nicht, dass das viel bringen würde. Warte... Man müsste es mal ausprobieren. Kann man... Das wäre jetzt so eine Frage. Könnte man es schaffen, sich etwas zu schmieden? Also man würde es sozusagen schnell in die Schmiede drüben schaffen... Oh Gott, da bin ich vielleicht fast runtergelaufen. Man würde es sozusagen kurz schaffen... Ja schnell es schaffen in die Schmiede reinzugehen, sich in eine Waffe zu craften und dann wieder gehen. Das wäre... Geht das? Oh lol. Ich lass die Leute mal leben. Weil es sieht so unangenehm aus, dort zu fighten. Ich werde verfolgt von Leuten. So wie es sich anhört hinter mir. Ich weiß es nicht ganz. Der Kudan von... Warte... Kann ich begrüßen? Hallo? Ähm... Hallo? Ähm... Was geht jetzt hier ab? Oh lol. Hallo? Lass es nicht hier, muss es einfach nur nett sein. Ey! Entschuldigung? Ekelhaft! Ich wollte dich nicht angreifen, lasst mich alle in Ruhe! Ich bin unschuldig! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab nicht getroffen! Lass mich weg hier! Oh Gott, lass mich weg hier! Oh nein! Das sieht nicht nett aus hier! Oh Gott! Oh Gott! Das war gar nicht immer so wenig Schaden. Das ist meine Rüstung. Auch langsam einfach noch weg. Eigentlich darf ich hier nicht sein. Ich muss in die Mitte. Ich hab mich getroffen. Ist jetzt auch schlimm. Also ich benutze die Waffen nie. Aber gut. Hier wurden gerade Leute gekehlt. Die armen Menschen. Die einen Titan haben. Läu warte! Ähm... Okay! Okay, what the fuck? Äh... Ich treffe nicht. Das ist schlimm hier. Das sah gerade sehr besonders aus. Also... Oh Gott! Der Modus ist richtig geil! Lass mich weg hier! Oh Gott! Lass mich weg hier! Ich wollte einfach nur nerven! Hallo! Okay! Lass mich dich in Ruhe! Ich bin nett! Oh Gott! Das ist ein richtig geiler Modus! Ist vielleicht immer Storran hier alles? Das hat nicht getroffen! Okay! Äh... Gut! Kein Problem! Hallo! Wie geht's? Ich mach mir hart für Sorgen hier gerade! Lass euch Kids! Tschüssi! Oh Gott! Ich muss weg hier! Äh... Ich geh mal kurz nach oben oder so! Das geht nicht! Oh Gott! Das geht nicht! Nein! Äh... Ich liebe es! Ich liebe es! Das ist lustig! Also am meisten natürlich, wenn die Leute richtig spielen! Und das die... Oh warte! Ich kann hier nach oben! Uh! Ich kann hier nach oben und von oben runter nerven! Ich find's auch sehr geil wie manche Leute! Einfach auf ihre... Wer ist jetzt auf ihren Pferden T-Posen! Das ist... Normal! Kann ich treffen? Schade! Okay! Das kann ich gar nicht treffen! Aber gut! Hallo! Wie geht's? Äh... Ihr habt einen Spaß wie es aussieht! Ich bin getroffen! Wuh! Äh... Okay! Warte, warte! Da kann ich gleich gleich was ranschmeißen! Ein Treffer nur! Okay! Aber ich bin vielleicht in der Zone! Das ist alles super hier gerade! Da hinten stirbt grad jemand! Alter! Der muss das... Das ist ne süße Idee! Das ist ne richtig süße Idee! Okay! In der Mitte spawnt jetzt grade was! Warte! Wieso ist die Zone da hinten? Oh Gott! Wieso ist die Zone da hinten? Nein! Ich darf nicht sterben! Halt! Stop! Stopp! Oh! Nein! Ach du Kacke! Oh nein! Halt! Stopp! Das war geiler Anlag... Nein! Komm schon! Alter! Ich hasse es! Da ist noch alle in Ruhe! Ich bin fast tot! Nein! Was mach ich hier?! Oh Gott! Ich spiel jetzt scheiße! Das ist... Muss ich dich unsichtbar machen! Ach du Kacke! Komm schon! Nee! Ich bin unsichtbar! Oh Gott! Immer kurz fast tot! Äh... Warte kann ich hier rein? Oh Gott! Hilfe! Entschuldigen Sie mich bitte! Oh Gott! Halt! Stopp! Hilfe! Hey! 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 Stopp! Die Zone! Komm schon! Nein! 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 Stopp! Die Zone! Nein! Gewalt! Ich habe wirklich... Wie gesagt... Leute, die konnten sich... Die konnten sich verschmieden! Das ist ja doof! Das ist ja unfair, Mann! Genau das habe ich besprochen, Leute! Dass die Leute aber was schmieden können! Und niemand kümmert sich um sie und jetzt gewinnt sie! Okay, das ist jetzt... so sollte nicht der Modus sein! Das ist krass! Schade! und dann täuschen, mich zu geben, dass das möglich ist, aber okay, gut. Dann sehen wir es aber gleich in der nächsten Runde, ich habe richtig Bock drauf. Okay, dann gehen wir jetzt schon in die nächste Runde. Ich habe richtig Bock, noch mal wieder zu spielen, also der Modus ist so lustig. Also ich musste jetzt mal ein bisschen, war ein bisschen blöd, dass es möglich war, dass man da was schmieden konnte. Das kann wahrscheinlich gleich nochmal passieren. Aber naja, ich springe jetzt so schnell wie möglich aus, weil ich mich ja in der Luft heile. Daher muss ich mir da keine Sorgen machen, ich halte mich ja schnell, wie gesagt. Wir gehen da wahrscheinlich nicht da unten, aber es ist so geil, was für Leute da drin sind. Also es sind alles echte Spieler, was es einfach insgesamt nochmal lustiger macht, finde ich. Weil viele, also es gibt viele, die natürlich im Team oder sowas, aber es gibt auch viele, die es einfach Spaß draus machen. Oh, sehr schön. Das hat nicht getroffen. Ach komm schon. Oh Gott. Ich bin mal kurz raus. Ich treffe nichts, aber ich bin mal kurz raus. Das war schön, mit euch existiert zu haben. Ich bin unfähig, irgendwas zu machen. Daher tschüssi. Hallo da oben, Person. Wir lassen dich in Ruhe. Wir sind nicht zu dir und wir lassen dich in Ruhe. Ich verstehe. Cool, dann haben wir ein Agreement. Ich komme da oben. Ne, da kann man nicht. Das ist aus der Zone, oder? Das ist aus der Zone. Die Zone ist diesmal ein sehr komischer Ort. Aber okay. Kein Problem. Gott. Da hinten, da unten wird gefeiert. Nein, ich treffe nichts. Was geht bei dir ab? Äh, hallo. Hallo. Wir lassen uns zusammen herumlaufen. Die Spinne ist so egal. Weh, du greifst mich an. Das soll eine Warnung sein für dich. Ich will da gar nicht reingehen. Ich will einfach schön draußen stehen und nix machen. Weil ich immer hart viel Angst habe vor denen. Oh, hallo. Wie geht's? Schön, dass wir zusammen existieren. War schön, dass ich gesehen habe. Oh, da hinten ist ein Tore. Da hinten ist ein Tore. Da hinten ist ein Tore. Die bekomme ich. Alter, es sind da viele Leute. Ach, zu kackig. Es sind da viele Leute. Da ist der Spinnentyp wieder. Oh, Gott. Okay. Hallo, Leute. Ach, komm schon. Ich hasse mir, wenn das passiert. Ne, ich lasse dich in Ruhe. Ich habe nichts. Es war schön, dich gesehen zu haben, aber doch, ich gehe rein. Ich bin doof. Hallo. Ich finde es auch geil, wie man sich einfach ignoriert. Es ist auch was Schönes. Es ist so ein fröhliches Beieinander sein. Ein friedliches, fröhliches Zusammensein. Und so haben Battle Royale-Spiele zu sein. Einfach nur fröhlich miteinander abhängen. Und einfach nur Spaß haben. Außer mit dir. Dich mag ich nicht. Ich wollte dich nur kurz nerven. Ich bin friedlich. Gott, ich liebe es immer, dass ich möchte die Firma haben. Es wird wahrscheinlich sehr langweilig, aber naja. Es ist trotzdem richtig geil. Ja gut, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich kann mich eh nix antun. Hallo. Warte, kann ich nach oben? Ich kann nach oben. Wuh. Bin auch in der Zunge drin. Oh Mann. Ne, es tritt alles nicht. Ich bleib hier oben und tanze ein bisschen da rum. Es ist so geil. Also ich liebe diesen Modus einfach jetzt schon. Es ist so cool. Also ich finde es auch mal so coole Ideen, einfach mal irgendwelche Fähigkeiten zu benutzen und so was. Also ich bin immer, ich finde, er wird wahrscheinlich sehr schön langweilig werden, weil es aber auch immer wieder echte Leute gibt. Entschuldigung, ich bin friedlich herumgetanzt. Das geht ja wohl gar nicht hier. Gemeldet und blockiert. Oh Gott, ich mach mir Sorgen. Das ist schlimm hier. Was ist denn so eine Waffe und was? Okay. Schön, dass wir zusammen coexisiert haben. Ich bin raus. Ich hab' getroffen. Oh Gott, geht doch alle weg von mir gestörten. Geht alle weg von mir. Alter, ist das geil, ich liebe es. Hallo. Wie gewaltig die hier alle sind. Ich geh mal kurz zum Typ nach oben. Äh, kann ich bitte nach oben? Komm schon, lass mich doch nach oben, Mann. Wir können ein friedliches Beisammensein haben. Hallo. Ich hab' nur Hallo gesagt. Was ist ein Ekehafter? Ich hätte mir mehr von unserer Freundschaft erwartet. Um einiges mehr. Aber gut, wenn du mich so verletzen musst, auch okay. Na, Hühnchen. Viel Spaß dabei. Ekehaft. Da bin ich einfach mal nett. Und bin friedlich zu allen hier. Und mach nicht viel. Und dann passiert sowas. Leute, also seid niemals netze Menschen immer böse sein. Ansonsten werdet ihr gemobbt. Live-Advice mit mir. Ich bin sehr gut da drin, Tipps zu geben. Ich bin jeden Tag hier. Wortwörtlich, ich bin wirklich jeden Tag hier. Es ist sehr schmerzhaft. Und es ist ganz schön anstrengend. Aber puh. By the way, falls euch das Video gefällt, das gerne schreibt, den abonniert. Ich hab' so viel Spaß, als ich noch nie hatte. Es ist so geil. Der Modus ist so cool. Ich liebe es. Uff. Also, man könnte sich jetzt was in der Schmiede schmieden. Mach ich aber nicht, weil ich das langweilig finde. Irgendwo ist ein Chicken. Hallo. Viel Spaß. Aber auch nur Leute abwerfen ist auch lustig, finde ich. Also. Oh mein Gott. Ihr seid doch alle wundervoll. Ich liebe diesen Modus. Es macht so viel Spaß. Also, falls du es noch nicht getan hast, der Modus ist heute online. Nein. Sorry. Was? Da ist ein Kind. Da ist alles noch Frank. Aber ist das nicht jemand. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Nein, danke. Ich hab' Angst. Die Zone schließt sich jetzt gleich wahrscheinlich, oder? Ja, die Zone wird sich gleich Combat schließen. Wow. Okay, ich hab' mich gekehlt. Er hat mich rausgeschmissen. Ekehaft. Äh. Ist unangenehm für mich. Aber, ja gut. Jetzt wird es richtig, richtig eng. Schnell Rüsten reinhauen. Da hab' ich wenigstens kurz noch ein bisschen Heide ohne Schaden zu bekommen. Also, ohne Lebensschaden zu bekommen. Oh Gott. Die Zone schließt sich wirklich komplett. Das ist unangenehm. Oh Gott. Ich hab' ja einen Key gemacht. Hab' ja zwei Keyes gemacht, insgesamt das Jahr. Äh. Oh Gott, nein, 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 wieso bin ich so weit weggeflogen? Oh Gott. Ich hab' gewonnen! Alter, ich liebe diesen Modus. Das ist bisher der geilste Modus im Spiel. Ich liebe es. Äh. Gut, dann würde ich mal hoffen, wenn ich euch halt ohne Gefallen abonniert. Falls ihr es nicht getan habt, ist kein Like da. Äh. Puppet den Modus aus, falls ihr das Ganze gefallen hat. Ähm. Ansonsten passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Nicht bitte einladend. Bitte aufhören anzuladen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Abonniert und so. Tschüss.